Die Wärmepumpe ist am Laufen, das automatisch und wie das funktioniert im Zusammenhang mit Gaskessel, Holzheizung und unserer Heizsituation, das will ich euch heute mal kurz erläutern. Mittlerweile ist das Gerät in den ersten Tagen der Heizsaison gelaufen. Wir haben schon ein paar Daten mitloggen können und wie sich das Gerät so weit schlägt und wo hier noch Verbesserungspotenzial ist, das einfach mal in diesem Video. Im letzten Video habe ich euch ja schon gezeigt, was wir vorbereitet haben, um zum einen Messwerte sammeln zu können und natürlich auch das System intelligent zu machen. Und in diesem Video zeige ich euch jetzt einfach mal, was ich gemacht habe und was ich momentan so entsprechend versuche noch zu optimieren. Viel Spaß, ich bin Andi, ihr schaut Smarter Energy und hier nochmal kurz der Hinweis, die Wärmepumpe ist an einem anderen Ort installiert, nicht hier. Das habe ich bei meiner Familie umgesetzt, dieses Projekt. Das heißt, wir können jetzt gerade nicht spontan mal gucken gehen. Aber ich kann euch hier, wie gesagt, über Fernwartung die Messwerte zeigen und dort auch schon einige Logdaten zur Verfügung stellen. Wie ich das Gerät noch optimieren will, das werden wir dann auch noch später zeigen. Und ja, schauen wir einfach mal rein. Ich nehme euch hier mit auf den Computer und werde euch da mal zeigen, was wir so gemacht haben. So, ich nehme euch jetzt mal hier kurz mit auf den Bildschirm der aktuellen Oberfläche. Das habe ich jetzt so eingerichtet. Das könnte man jetzt auch über die Handy-App entsprechend aufrufen. Und ja, das ist jetzt sehr vollgepackt, einfach weil wir hier mit vielen Daten auf kleiner Fläche arbeiten. Das kann man jetzt natürlich noch hochskalieren. Das werde ich dann in einem späteren Zeitpunkt noch umsetzen. Ihr müsst jetzt dazu sehen, hier der aktuelle COP von 6,66 ist aktuell nicht aussagekräftig, denn scheinbar hat das Gerät gerade abgeschaltet. Fährt hier nur noch die Restmenge an Wärme, also nur noch mit minimalster Spreizung und einer aktuellen Leistung von 18 Watt, also gerade für den Pumpenstrom, die Wärme weg. Hat aber hier noch den Durchfluss von knapp über 600 Litern pro Stunde. Das aber generell einfach mal nur, um das System zu zeigen. Wir haben heute ausnahmsweise mal sehr milde Außentemperaturen von 14 Grad. Deswegen hat das Gerät jetzt auch abgeschaltet. Ansonsten kann das Gerät momentan, wenn wirklich Heizung benötigt wird, fast komplett durchlaufen. Dann geht das vielleicht zwei, maximal dreimal am Tag an und aus in der Zwischenzeit. Und meistens einmal davon nur, um dem Gasgerät den Vorrang fürs Warmwasser zu lassen. Ja, wie sieht das aus? Viele hatten ja gesagt, mit der Hydraulik auf dem Pufferspeicher machst du dir komplett die Effizienz kaputt. Und das ist natürlich Blödsinn. Ich meine, ich weiß hier schon, was ich mache. Und das werden wir uns aber nachher genauer mal in den Logdaten anschauen. Was man hier aber ganz gut sehen kann, wir haben hier eine Temperatur, die jetzt aktuell mit knapp 38 Grad aus dem Pufferspeicher entnommen wird. Für Heizkörperkreise und Fußbodenheizung. Fußbodenheizung wird entsprechend runtergemischt. Ein Rücklauf von knapp über 31 Grad. Und ja, jetzt könnte man hier sagen, ja gut, unten der Pufferspeicher ist warm. Und das ist richtig. Der ist aber nicht permanent warm. Das ist, wie gesagt, die Wärmepumpe ist jetzt im sehr milden Außentemperaturbereich. Hat jetzt den Speicher durchgeheizt. Hat dementsprechend auch abgeschaltet. Aber wie sich der Rücklauf von der Wärmepumpe, und das ist ja das Wichtige, dass der Vorlauf, sage ich mal, so gut wie 1 zu 1 am Vorlauf für das Heizsystem ankommt. Und der Rücklauf, sage ich mal, ist eigentlich egal. Der muss aber in dem Temperaturniveau sein, dass die Wärmepumpe in ihrem optimalen Arbeitsfeld arbeiten kann. Und das macht die Wärmepumpe über die entsprechende Drehzahlregelung der Pumpe. Ja, aber hier könnt ihr mal sehen, so verhält sich das System. Was passieren wird, wenn das Warmwasser unter eine entsprechende Schwelle fällt. Dann wird die Wärmepumpe erstmal außen vor gelassen. Das Gasgerät geht ein. Läuft dann als Wärmerzeuger auf den Warmwasserspeicher. Schaltet dann wieder aus. Und danach kann das Wärmepumpensystem wieder über den Pufferspeicher in die Heizkreise fahren. Also eine standardmäßige Warmwasservorrangschaltung. Und dadurch, dass unsere Heizleistung hier, denke ich, auch hoch genug ist, können wir auf einen Parallelbetrieb verzichten. Denn das wollen wir in dem Moment eigentlich unterbinden. Ja, das funktioniert soweit ganz gut. Aber wir hatten bisher auch in unserem Messzeitraum, den ich jetzt wirklich auch mit Lockwerten aufgezeichnet habe, noch keine sehr niedrigen Temperaturen. Also ich glaube, das Niedrigste, was wir mal so hatten, war kurz an den 5 Grad Außentemperatur gekratzt. Ja, aber das werden wir dann gleich mal schauen. So, und wie ich das jetzt so hinbekommen habe, dass man das überhaupt online sehen kann und dass die Anlage funktioniert, wie sie soll, das zeige ich euch jetzt mal. Denn wir haben die Regelung ja selbst entsprechend programmiert. Wobei Programmieren muss man hier auch in Anführungszeichen setzen. Die technische Alternative bietet ja hierfür entsprechend für die Regelung ein Programm an, mit dem man sowohl mit dem TA-Designer diese grafische Oberfläche gestalten kann, auf der anderen Seite aber auch die Logik dahinter und das mit vorgefertigten Funktionsmodulen. Das heißt, wirklich programmieren muss man hier nicht, aber Eingänge auf Funktionsblöcke verschalten, parametrieren und dann den entsprechenden Ausgängen die Funktionen zur Verfügung stellen. Und was ich dort so grob gemacht habe, schauen wir uns jetzt mal an. So, und hier sind wir jetzt mal auf das Programm TAPS2 gesprungen. Und ihr seht schon, das hier ist das aktuelle Programm, was auf der Regelung UVR16X2 von der technischen Alternative läuft. Die Regelung habe ich euch ja schon mal beim Einbau im letzten Video zur Wärmepumpe gezeigt. Und hier haben wir entsprechende Funktionsblöcke angelegt. Hier unten der Part bezieht sich jetzt rein auf die Solarthermieanlage. Das können wir komplett erstmal außen vor lassen. Das ist einfach nur eine Beladung von der Solaranlage. Was für uns jetzt für die Wärmepumpe interessant ist, sind hier oben die Punkte. Und nur mal, damit ihr euch das so vorstellen könnt, wie das funktioniert. Wir haben hier zum Beispiel unsere Heizkreisregelung von unserem ersten Heizkreis für die Heizkörper. Aber wir sperren hier einmal die Funktion, wenn wir Warmwasservorrang einschalten. Ansonsten geben wir hier eine Außentemperatur ein, machen eine Schaltuhr für einen eventuellen Absenkbetrieb hinzu und machen dann auch noch ein Absenkprogramm. Das ist so eine Art Urlaubsschaltung, wo wir aber trotzdem nachher noch bei Bedarf PV-Überschuss nutzen wollen. Ansonsten geben wir dann hier eine Vorlauf-Soll-Außentemperatur als Wert, die mit der Heizkurve gerechnet wird, aus. Wir fassen die mit unserem zweiten Heizkreis zusammen, machen davon die maximale Temperatur und geben das als Anforderung dann an unseren Wärmeerzeuger. Ansonsten haben wir hier noch unsere Heizkreispumpe, die entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden soll. Bei unserem zweiten Heizkreis entsprechend ähnlich. Pumpe allerdings hier dann noch mit einem Mischer, der die Temperatur runterregeln kann. Dann haben wir ansonsten unsere Funktion, die die Wärmepumpe anfordert. Wir holen uns hier einfach die Temperatur des Pufferspeichers im oberen Bereich. Wenn diese nicht ausreicht, dann kriegt unsere Wärmepumpe eine Anforderung. Und die Anforderungstemperatur, die wird entsprechend hier oben weitergeleitet aus dieser Funktion, also die höchste Anforderung der entsprechenden Funktionsblöcke. Jetzt haben wir mit dem Ausgang A5 entsprechend nur einen Schaltausgang. Das heißt, wir können der Wärmepumpe in dem Moment nur sagen, ein oder aus. Und das ist jetzt ein bisschen tricky, denn wir haben ja an sich eine Heizkurve hinterlegt. Das bedeutet, wir wollen bei niedrigeren Außentemperaturen eine etwas höhere Temperatur fahren und bei etwas milderen Außentemperaturen nur eine niedrige Vorlauftemperatur. Und hier muss ich jetzt sagen, man könnte theoretisch jetzt noch hingehen. Es gibt, wenn ich das richtig gesehen habe, auch bei der Remea Tensio, die wir im Einsatz haben, die Möglichkeit, dort über Modbus eine Verbindung herzustellen. Aber ich muss sagen, das ist mir jetzt zu kompliziert. Was wir stattdessen machen werden, ist, dass wir an der Remea Tensio eine eigene Heizkurve einstellen werden. Denn wir nutzen ja sowieso nur den Heizbetrieb des Geräts, keine Warmwasserbereitung und lassen den dann einfach auf einer ähnlichen Kurve laufen, wie wir es auch in unserem Heizsystem haben wollen. Das kann ich schon ganz gut aus der Vergangenheit einschätzen, wie hoch wir dort fahren müssen. Und dann, wenn der Pufferspeicher nicht genügend Temperatur über die Solarthermieanlage oder über den wasserführenden Holzofen bereitgestellt bekommt, dann wird die Wärmepumpe in dem Moment sozusagen freigegeben und darf dann selbst entscheiden, wie hoch die Vorlauftemperatur anhand der entsprechenden Außentemperatur laufen soll. Ansonsten, wenn wir eine Warmwasservorrangschaltung haben, das bedeutet, das Warmwasser fällt unter eine definierte Schaltschwelle, dann wird die Wärmepumpenfunktion in dem Moment erstmal unterbrochen. Das hat einfach den Vorteil, dass wir in dem Moment sowieso keine Wärmeentnahme haben. Dann kann die Wärmepumpe in dem Moment mal ein bisschen Pause machen und dann wird das Warmwasser angefordert. Gaskessel geht ein, das geht in der Regel relativ schnell, fährt dann mit hoher Vorlauftemperatur auf den Warmwasserspeicher, heizt den auf und wenn das abgeschlossen ist, wird die Wärmepumpe wieder freigegeben. Was ich jetzt für die Zukunft noch implementieren will, das werden wir aber erstmal beobachten, wenn die Außentemperaturen sehr kalt sind und wir merken sollten, dass wir mit unserer Heizkurve der Wärmepumpe nicht hinkommen, dann ist die Überlegung, ob wir den Gaskessel entweder parallel oder als alleinigen Wärmeerzeuger nutzen. Da müssen wir allerdings noch die Frostsicherung für die Wärmepumpe beobachten. Da muss ich jetzt mal schauen, wie sich das verhält, wenn ich die Wärmepumpe mit diesem externen Kontakt abschalten will. Ja und ansonsten, ihr seht schon, das ist jetzt nicht sonderlich überladen, aber es ist schon ein bisschen komplexer, was dort alles mit rein spielt. Und was hier jetzt noch gar nicht vorhanden ist und was in Zukunft auf jeden Fall noch kommen soll, ist die Anforderung mit PV-Überschuss. Das heißt, wenn wir über die Photovoltaikanlage feststellen, okay, wir würden gerade unnötig Strom ins Netz speisen, müssen aber trotzdem heizen, dann soll die Wärmepumpe eine erhöhte Vorlauftemperatur über das Smart Grid Signal bekommen und dann entsprechend den Speicher hochfahren, einfach weil uns in dem Moment der Strom wenig kostet beziehungsweise halt ansonsten die Einspeisevergütung nur wenig abdeckt. Ja und damit man auf der Steuerung sehen kann, was an der Regelung so passiert, kann man dann mit dem Programm TA Designer noch diese grafischen Oberflächen mit den entsprechenden Daten anlegen. Ihr seht schon, hier unten habe ich einiges an Seiten erstellt. Die sind jetzt für das Netzwerkinterface gedacht. Hier kann man aber genauso gut die grafische Übersicht für den Touchscreen der Regelung anlegen. Und ihr könnt hier dann zum Beispiel eure aktuellen Programme reinladen. Ich habe hier jetzt das von unserer 16x2, also der tatsächlichen Regelung, aber auch den Programmstatus von dem CAN-EZ3, also dem Energiemengenzähler hinzugefügt. Und dadurch, dass wir die alle im CAN-Netzwerk haben, können wir auch auf diese Daten zugreifen und uns dann hier Sachen wie Leistung, COP. Hier habe ich noch einen Stromzähler eingebaut, der entsprechend immer hoch zählt. Ja, das haben wir dann alles drin. Und das sieht dann nachher effektiv so aus. So, und jetzt habe ich euch mal noch die Messwerte der letzten Tage hier aufgerufen. Und hier, ja, sehen wir jetzt zum einen vor Rücklauftemperaturen unserer Systeme, dann aber auch unseren aktuellen COP, der hier die ganze Zeit mitgelockt wird, die Außentemperatur. Das heißt, ihr seht hier ganz schön bei 5,3 Grad 4,4. Dann wird die Außentemperatur hoch, höher und wir steigen hier auch leicht mit dem COP. Kann man das hier so sehen? Ja, hier ungefähr, da beginnt es, wird immer wärmer draußen. Der COP geht Richtung 5 langsam. Und ja, hier seht ihr ganz schön unsere aktuelle Außentemperatur, mit der wir in den letzten Tagen zu tun hatten. Also irgendwo so zwischen etwas über 10 und etwas unter 10 Grad. Also momentan natürlich sehr gute Bedingungen für die Luftwasserwärmepumpe. Hier nur einmal kurz 5,5 Grad. Und jetzt, ja, die letzten ein, zwei Tage ist es jetzt hier wieder richtig mild geworden. Und dann haben wir entsprechend unsere COPs. Warum die jetzt teilweise hier nur bei 4 liegen, das liegt daran, dass ich einfach mal mit der Vorlauftemperatur ein bisschen gespielt habe. Also wir waren hier irgendwo im Bereich zwischen 35 und 38 bis 40 Grad Vorlauftemperatur Wärmepumpe unterwegs. Und dementsprechend, hier seht ihr es schon, Wärmepumpenvorlauf geht hier bis auf 40 Grad hoch. Und deswegen kommen wir hier auch nur auf einen COP trotz fast 10 Grad Außentemperatur von 4, ja, und ein bisschen was. Aber ich denke, schlecht ist das auf jeden Fall schon mal nicht. Und ja, wie sich das jetzt verhält, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Wir gehen jetzt einfach mal, ich würde sagen, hier in dem kalten Temperaturbereich, da kann man es, glaube ich, am besten beobachten, gehen wir jetzt einfach mal rein, zoomen wir rein. Und ihr seht jetzt hier, wir haben mit einem COP zwischen 4 und 4,5 ungefähr zu tun. Das blenden wir jetzt aber mal aus, dass die Skalierung besser passt. Und jetzt war ja die Kritik, ja, wenn du auf den Puffer fährst, wie ist das mit der Vorlauftemperatur? Das vermischt sich doch alles. Und hier könnt ihr ganz schön sehen, dass das nicht der Fall ist. Denn wir haben hier einen Wärmepumpenvorlauf von 36,7 Grad und den Puffer oben 0,3 Grad. Also das könnte rein theoretisch sogar eine Fühlerabweichung sein, denn dieser Puffer-Obenfühler sitzt sogar am unisolierten Rohr. Das bedeutet also, hier haben wir fast 1 zu 1 Vorlauftemperatur gleich Ausgangstemperatur zum Heizsystem. Und wie verhält sich das jetzt mit der Rücklauftemperatur? Wir haben hier zwar eine relativ hohe Temperatur im Pufferspeicher unten, die mit der Zeit, sage ich mal, von morgens hier immer weiter ansteigt. Das heißt, leichter Überschuss ist vorhanden. Aber wenn ihr schaut, der Wärmepumpenrücklauf liegt immer hier deutlich darunter. Und woran liegt das? Der Rücklauf vom Heizsystem, der kommt noch kälter. Das ist nämlich hier dieser blaue Wert. Noch kälter zurück mischt sich dann mit dem Pufferspeicher und bildet dann so eine Mitteltemperatur. Und die Wärmepumpe, was ich jetzt so beobachten konnte, die will immer so, ich sag mal, plus minus 5 Kelvin Unterschied zwischen Rücklauf und Vorlauf fahren. Und das beeinflusst sie, indem sie hier den Durchfluss des Ladekreises, also das ist im Prinzip die Leistung der Pumpe, mit der sie läuft, indem sie das beeinflusst. Das bedeutet, wenn ihr die Spreizung zu hoch ist, wird sie im Gegenzug einfach die Durchflussrate erhöhen. Gegebenenfalls dann auch die Leistung erhöhen, um dann von der Spreizung her auf den entsprechenden Bedarf zu kommen. Ja, und so regelt sich das Ganze eigentlich sehr schön ein. Ihr seht hier, die läuft mit relativ niedrigem Durchfluss. Also das hier ist so das Niedrigste, was ich gesehen habe. Regelt sich dann ein und läuft dann auch hier mit einer Leistung von zwischen 700 bis 800 Watt ungefähr zu dem Zeitpunkt schön gleichmäßig durch. Und das tatsächlich von, jetzt müssen wir mal schauen, das hier war abends gegen 9 Uhr bis zum nächsten Tag, 8.30 Uhr, läuft die also permanent schön gleichmäßig durch. Was wir hier ganz gut sehen können, der Heizkreisvorlauf, nachts, der geht auf einmal hoch. Hier haben wir eine leichte Absenkung gefahren mit einer starken Zeitverzögerung im Fußbodensystem. Dementsprechend fällt hier dann der Rücklauf etwas ab und hier pendelt sich das System dann schön ein und fährt dann permanent gleichzeitig durch. Hier diese Spitzen übrigens, das dürfte ein Abtau-Vorgang gewesen sein. Da fährt die Leistung dann noch einmal hoch, taut danach kurz ab. Dann kommen hier die Vor-Rücklauf-Temperaturen auch wieder sehr stark zusammen. Bei anderen Systemen kenne ich das, dass die sich wirklich überschneiden, dass die Rücklauf-Temperatur dann höher wird. Das müssen wir mal beobachten, aber ich würde fast vermuten, dass das hier ein Abtau-Vorgang ist, genauso wie hier. Das macht auch Sinn, denn bei einer Außentemperatur von 6 Grad, da wird das wahrscheinlich schon vorkommen, dass das Gerät mal vereist und dass es dann eine Abtauung macht. Aber ich sage mal, für die zwei Abtau-Vorgänge ist das, denke ich, okay. Ja, und so verhält sich das System momentan. Aktuell auf der Wärmepumpenseite noch nicht mit automatischer Heizkurve. Das werden wir jetzt aber dann als nächsten Schritt mal testen, denn dann können wir auch mit einer Vorlauftemperatur von unter 35 Grad fahren. Denn das ist momentan per Hand die unterste Einstellschwelle. Und ich sage mal, bei Außentemperaturen von 10 Grad und mehr könnte das System tatsächlich momentan sogar noch tiefer runterfahren und würde dann noch effizienter laufen. Ja, und was können wir jetzt noch sehen, wenn wir auf unsere einzelnen Geräte über das Webportal gehen? Dann können wir hier zum Beispiel noch bei den Funktionen uns den Energiezähler und den Wärmemengenzähler anzeigen lassen. Und jetzt können wir einfach mal für die letzten Tage uns anschauen, wie ist das System gelaufen? Wir haben einmal Wärmemengenzähler 635 Kilowattstunden, haben dann unseren Gesamtzähler 126,9 Kilowattstunden beim Strom. Und wenn wir das teilen, arbeiten wir momentan also mit ziemlich genau einer 5 als Jahresarbeitszahl. Das ist jetzt natürlich noch nicht aussagekräftig. Ihr habt gesehen, es war momentan noch sehr mild und wir sind nur im Heizbetrieb unterwegs. Das heißt, eine hohe Temperatur für die Warmwasserbereitung spielt hier nicht rein. Aber genau so wollen wir das System ja fahren, denn das Gasgerät ist ja noch vorhanden. Uns wäre hier Blödsinn, momentan den teuren Strom zu nutzen, wenn das Gas für den Warmwasservorgang tatsächlich unterm Strich etwas günstiger ist. Ja, so verhält sich das momentan. Demnächst werde ich hier nochmal ein Folgevideo machen, dann schauen wir uns das System nochmal vor Ort an. Ich fahre die Wärmepumpe mal auf verschiedene Leistungsstufen, damit ihr auch mal zum einen nochmal so ein Verständnis für die Geräuschkulisse bekommt. Und wir uns auch verschiedene COPs mal anschauen können. Das finde ich selbst vor allem sehr interessant. Ich hoffe, dass es da demnächst mal etwas kälter wird, dass sich das lohnt. Und ja, wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaltet ein beim nächsten Mal. Und natürlich die Bitte, der Algorithmus momentan hat mich nicht so gern. Das bedeutet, die Videos werden leider nicht so sehr vorgeschlagen. Ich würde mich also freuen, wenn ihr einen Kommentar da lasst, Daumen hoch oder natürlich auch den Kanal abonniert, denn das hilft dem Algorithmus zu sehen, dass euch diese Videos interessieren und ihr mehr davon sehen wollt. Ich würde mich freuen und natürlich auch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann wieder einschaltet. Bis dahin, ich bin Andi und ihr schaut Smarter Energy.